Ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal diesen komischen Blue-Typen, falls er nicht schon wieder de-spawned ist und jetzt nochmal neu erweckt werden muss. Ah ne, er ist noch da. Ah, stirb du hässliches Bein. Macht der nicht gerade wenig Schaden? Ja, das stimmt wohl. Aber wie der macht uns auch nicht wenig Schaden. Er explodiert hat mich die Kösterlisten. Oh ja. Ah, keine Muni mehr. Soll ich den kaputt hauen? Ja, hau ihn kaputt. Sehr schön. Oh, das war ja doch kein so heftiger Endgegner. Ah! War ja eigentlich sogar fast billig. Geld. Übrigens ist das nicht mehr. Naja, aber da ist ne Kiste auf dem drauf. Mit Waffen. Alter, ich komme ja fast gar nichts hin. Oh Gott. Soll wohl in Scherb sein, oder? Aber echt. Mann. Was soll das denn? Ich dachte, da wären es voll die geilen Waffen drin, aber nein. Ich auch. Scheiß Pornobilder. Lass mir auch was übrig. Ah, die Sniper kannst du haben. Kann sie beides haben. Okay. Ich laufe hier mal weiter lang, um zu gucken, was hier passiert noch. Wenn nur so ein Sturmgewehr, wenn du noch eins hast, was gut ist. Wie war's nochmal? Sturmgewehr. Hast du gerade eins? Nein, ein MP, sondern ein Sturmgewehr. Nehmen sie mal mit. Das ist ein Infiltrator. Komm, wer da hochkommt. Naja, tut mir nicht. Schade. Oder? Ah, Dreck. Mah. Jetzt hätte mich jetzt irgendwie gefreut. Gut. Nimm Roh im Rhygium auf. Das ist aber wahrscheinlich nicht in dieser Welt, oder? Das ist wahrscheinlich nicht in dieser Welt. Doch, deswegen habe ich sie aktiviert. Achso. WTF, hau ab. Hau ab, hau ab. Hast du zufällig Munition? Ich könnte nur wieder so ein super Hybrid kaputtiertes Ultra Bar getötet, kaputt und fuckbar. Hätte ich gerne davor ein bisschen Munition, die ich da aufballern kann. Bela Treasure. Ich merk's. Meins macht ein bisschen zu wenig Schaden. Meine schnellen Rhygium. Meine macht gut Schaden, aber das Munitionsverbrauch ist halt übertrieben. Ich hab elf Schuss. Und dann krieg ich den fast tot. Ein Kiech, aber nicht ganz. Das ist es halt. Wow. Weg hier. Ich will noch nicht sterben. Nein, es ist nicht geil. Ah, ich darf es nicht öffnen. Ich laufe hier grad drin. Es ist ein bisschen Trashen rum. Hab keine Ahnung, wo die sind. Hä, wo müssen wir denn lang? Level 21. Ich auch gleich. Aber irgendwie müssen wir hinter, aber da komm ich gar nicht hinter. Und die Tür ist zu. Warte, ich probier was anderes. Schon wieder kaum mehr Muni. Wenn ich irgendwie die umringt, bist von Trashern. Ich glaube bisher noch gut aus für mich. Noch. Man soll den Arm nicht vor dem Tag nicht vor dem Arm entloben. Gibt's noch irgendwo einen? Einen was? Pressure. Weiß ich nicht. Ich bin schon weiter gelaufen. Ich will nur einen Wackel, den du übrig gelassen hast. Kann man hier durch? Magst du mal von der anderen Seite öffnen? Na ja, da bin ich grad dabei. Ich weiß nur nicht, ob's geht. Wo's geht? Komm. Geht? Sieht nicht so aus. Na ah, du bist noch nicht da. Doch. Nein, das ist die falsche Tür. Eins weiter. Da kann ich... auch nicht öffnen. Wie? Noch ein, zwei. Gibt's nicht zu öffnen. Aber du musst weiter. Du bist noch nicht da. Weiter. Du bist gut hier. Es geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Warte, ich muss eben nicht um diesen Fühlerfischer kümmern. Dann komm ich halt außen hoch. Und so weit ist es ja nicht. Obwohl, es geht wohl weiter. Ich mein, ich hab nur 13 Schuss. Badass Market. Nee, oder? Falsch William. Nein. Falsch William. Alter, nein. Keine ausgewachsenen Pots. Darauf hab ich jetzt gar keinen Bock. Nein. Badass Market, hau ab. Mein Gott, was ist da denn da? Geschlecker? Geschleckt. Super Badass Market, wüsst du mich falsch? Mein Gott, ich muss hier weg. Jetzt kommen hier gleich diese Spiders auch noch. Super Badass Market, das ist ein Scherz. Wow. Oh, er hat die Rügel gefangen. Ich laufe jetzt einfach einmal im Kreis. Mensch, schau mal wieviel Schaden der mir grad gezogen hat. Enough. Au. Kleines hässliches Viech. Lass mich rein. Oh. Safe. Erstmal. Hinter mir. Gleich mal kaputt hauen. Ich hab mir ja schon die Hälfte des Nebens gezogen. Warten bis die Entwischenabbringzeit wieder da ist. Die Tür ist noch verschlossen, ich kann da nicht rein. Die Tür ist noch ein Schaden. Fuck. Fuck das Schade. Ich hab gleich einen super Badass-Wander gemacht. Nächstes Level, und der ist kaputt. Und ich habe dadurch Geld gekriegt durch dich. Warte, ich muss erstmal eben skillen. Alter. Cooler Schütze. Schadensbonus, klingt doch gut. Ich bin aber, glaube ich, immer noch nicht in der richtigen Stelle. Aber davor ging es nirgendwo rein. Hau ab, du komische Wanze. Larve. What the fuck? Ach geil, die gehen an meinem Schild kaputt, wenn sie mich angreifen. Gangen Sie los. Grenade. Haha, stimmt. Ach, soll ich dich da reinlassen? Ne, das ist ja ein Gegner. Guck mal, die Tür kann ich noch nicht öffnen. Ich weiß nicht warum. Öffnen nicht möglich. Welche? Das ist ja nicht mal die. Du bist ja immer noch nicht da. Ja, das ist es ja. Wie, ich bin immer noch nicht da. Ich bin jetzt einmal rumgelaufen. Entweder bin ich schon dran vorbeigelaufen, aber da immer noch nicht da, kann er nicht sein. Das ist keine gute Hör. Leider. Wow. Wird leicht was voll. Ich habe die langsatzte Lust auf den Super-Badass-Warkett. Dann macht die einen. Ne, ich mach mir jetzt nicht. Ich war mit dir. Das Ding ist halt. Alter. Ich werde ganz leicht attackiert. Grenzt sie an. Greif mich an, greif mich an. Greif das. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in der Spinnenhöhle. Ich mach mich an, Gefahr Maisch posted. Harf mich an. Ich halbDet. Oh, eine Spider-Panagan. Oh, eine Spider-Panagan. Oh, eigentlich. Uh, ein aus dem Platz geragelt. Au. Schnell, öffne mir die Tür. Wow. Aus hier. Ui. Hey. Warte ab. Mann, 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 diese ekligen Fäden. Spider-Ritter. Hau mal ab hier. Eroidium. Au. Ein Wälder ist wackelt. Oh, weg mit dem. Gehen wir nochmal hier hoch. Ich hab keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen, ne? Das ist dir ja hoffentlich bekannt. Ich bin nämlich jetzt da, wo wir losgelaufen sind. Oh. 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 Das ist ja dein Chat sonst weiß ich auch nicht richtig. Oh. 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 Oh.